Meine Damen und Herren, wir verabschieden uns zunächst von unseren Fernsehzuschauern in der Österreich, in der Schweiz und in Lichtenstein. Wir hoffen, dass Sie einen guten Empfang hatten. Guten Abend. Die deutschen Fernsehzuschauer können unser Aufnahmestudio in München bis 24 Uhr telefonisch erreichen. Wenn Sie also noch sachdienliche Hinweise zu den behandelten Kriminalfällen geben möchten, so rufen Sie bitte an unter München 089 Anschluss 95 0195. Liebe Zuschauer, nun ist wieder Zeit zum Schmunzeln. In den nächsten 30 Minuten unterhalten Sie Alexander May, Klaus Schwarzkopf, Ursula Lingen, Heinz Reinke, Hanne Wider, Peer Schmidt und viele andere beliebte Darsteller. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung. Untertitelung. BR 2018